Hallo Leute, es geht weiter mit Dust in Illusion Tale. Ich habe mich wieder ein bisschen warm gespielt und wir sind jetzt hier in der Gegend, sieht man hier auf der Karte. Wir sind jetzt hier eher so Mitte, unten, rechts und da war ich noch nicht. Wir brauchen immer noch ein viertes Objekt für die Geisterhäuser. Das ist unsere letzte Mission gewesen. Drei habe ich schon, da hatte ich mich das letzte Mal vertan, da dachte ich mir fehlt doch noch einer mehr. Aber nein, drei haben wir schon, ein Geisterhaus fehlt uns also noch. Ich bin jetzt erst da hinten links gewesen, da wo der Pfeil nach links zeigt, das ist aber der Ausgang. Das war ein bisschen doof und dachte, nee, dann mache ich die Aufnahme nochmal neu und laufe genau da hin, wo wir hin sollen, damit nicht nur Gekämpfe zu sehen ist. Was natürlich trotzdem hier der Fall ist, aber das ist so im Spiel. Hier wird halt viel gekämpft. Wow, bin ich tief gefallen. Was ist denn hier los? Ja, ich mache euch alle fertig. Was denkt ihr denn? Ui, 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 das war aber tief jetzt. Damit habe ich nicht gerechnet, so tief zu fallen. Ne, hier waren wir noch nicht, deswegen kletter ich mal fleißig hier weiter hoch. Oh, oh. Äh. Ich habe natürlich auch seit dem letzten Mal so ein bisschen rumgelevelt wieder. Hier haben wir wieder so eine gelbe Säule, da brauchen wir dann wieder so ein Ding. Ne? Kann man doch kaputt machen. Dinger kann man doch immer kaputt machen. Wozu habe ich das jetzt kaputt gemacht? Ah. Dafür. Also einen nach dem anderen hier kaputt hauen, damit wir hier auch weiterkommen. Und endlich wegkommen. Komm schon. Dust. Mhm. Da kommen wir raus. Okay. Äh. Ich probiere es einfach mal. Oh, oh. Das klappt so nicht. Die kommt an die Stacheln. Das ist echt schwer. Komm mal mit. Komm mal her. Ah, da ist sie. Sehr gut. Juhu. Geschafft. Sehr gut. Ja, ich bin auch stärker geworden. Fidget ist auch wieder etwas stärker geworden. Weiß zwar nicht, warum das Spiel gerade so ein bisschen ruckelt. Tut mir leid. Keine Ahnung warum. Aber ich schlag mich weiter durch. Oh, nö. Na komm. Weg ist er. Haha. Wie immer regnet's. Ich bin hier kurz vorm Sterben schon wieder. Geht ja gar nicht. Oh, mir gehen auch die Sachen wieder aus. Wenigstens ist er weg. Das ist schon mal gut. Hier haben wir wieder einen Bauplan. Und da vorne kommt, glaube ich... Aua. Ich bin noch voll reingerannt. Ich dussel. Oh Mann. Aber ich muss doch drüber springen können. Ganz knapp habe ich es geschafft. Jetzt habe ich aber echt langsam... Echt langsam Angst um meine Gesundheit. So. Sprung geschafft. Es ist immer... Man kann das so schlecht sehen, finde ich auch. Ich würde sagen, ich gehe einfach mal hier... Genau. Lang. Weil wenn da das Schloss ist, dann... Was ist denn hier noch? Wegen dem einen komme ich nicht weiter, oder was? Hm? Doch. Ah, cool. Speichern. Muss sein. Super. Jetzt kann mir nichts mehr passieren, sozusagen. Na, kommt da das letzte Schloss endlich? Nein. Hier kommen wir raus. Aber, aber, aber da will ich doch noch gar nicht raus. Okay, das ist die rechte Seite vom Weg. Ja, explodiert alles schön. Nee, dann muss ich wohl doch eher nach unten. Wo ich eigentlich war. Nein, ich will jetzt nicht speichern. Habe ich doch gerade eben schon. Dann doch nach unten. Okay, die weißen Pfeile zeigen auch immer an. Da geht's raus. Hier wollte ich hin. Ja, lass dich einfach fallen. Genau. Ähm. Kann ich hier rauf? Schön, dass meine ganzen Belohnungen da unten gelandet sind, wo ich nicht hinkomme. Ey, diese Zombies, die stecken aber auch immer ein. Entweder man schlägt sie halt genau, dann sind sie ganz schnell tot, oder... Ja, nicht so genau. Was ruckelt das denn so? Geblockt. Was ist hier? Oh. Eine Schatzkiste mal wieder. Sehr schön. Mit allerlei Krims und Krams, aber wir brauchen ja auch unbedingt mal Essen zum Heilen. Oh, ihr nervt mich. Wusstet ihr das schon? Geht das auch schneller? Hier können wir uns wieder nach oben schweben lassen. Alles klar, dann ja wohl, äh... Ja, wo lang? Nach unten, ne? Hier waren wir ja noch nicht. Uh! Uh! Fidget. Fidget. Ja. Ja. Ich schlag mich weiter durch. Ich wollte ja eigentlich dazu schalten, wo das Geisterschloss ist, aber da wir hier unten ja noch gar nicht waren, ähm... Und auch wenn hier jetzt viel gekämpft ist, auch fies mit den Stacheln, ähm... Wollte ich... Wollte ich... Das... Ja. Gemein? Nein! Ah, so einer auch noch mal... Das ist ja tot, ne, ne? Ich hab ihn nicht schreien hören. Ist er trotzdem weg? Nee. Da ist er doch noch. Ja, jetzt ist er endlich. Meine Güte. Der hat aber lange diesmal gedauert. So, Kampfkunststein verfügbar. Äh, hauen wir mal, kloppen wir mal wieder auf Angriff rein. Warum nicht? Mein Gott, wie tief geht denn das noch? Wo komm ich hin? Okay, ich darf speichern wenigstens immer hin. Wo bin ich? Hallo? Huh? Beim letzten Anwesen wäre schön. Ah. Okay. Ich brauch wieder diese, diese, diese Dinger. Sonst komm ich hier nirgendwo weiter. Ne, ich brauch diese Bombendinger. Früchte, was auch immer. Wo sind die denn alle? Weil ich brauch eine ganze Menge. Die müssen alle freigesprengt werden. Hm. Hier ist eine. Oh, aber weit weg. Hm. So weit soll es gehen? Warum ruckelt das so viel? So, das war schon mal eine. Und ein Schlüssel gleich dazu. Aber weiter bin ich nicht. Hallo? Kann ich nichts bei Ihnen kaufen, Sir? Doch, jetzt. Hallo. Ich möchte bitte Hühnchen kaufen. Und Brezel kaufen. Und Kohl. Und Suppe. Tschüss. So, da oben muss auch noch. Ich brauch Dinger. Warum sind die so weit weg? Das ist doof. Und warum ruckelt das immer? Komm her, du Frucht. Wo bist du? Da. Das ist schon mal gut. Das ist auch schön. Aber eigentlich will ich weiterkommen. Und nicht nur Kisten öffnen. Okay. Boah, das ist aber auch riesig hier. So, wo muss ich denn jetzt als nächstes mal die Dinger öffnen? Da ist der Laden, Heini. Wo war denn das jetzt? Das war doch auch oben, oder nicht? Hm. Ach, da sind noch mehr. Aber hier ja nicht. Wo muss ich hin? Muss ich weiter nach oben? Oder nach unten eher, ne? Das war unten. Ah, hier war das. Okay. Kann ich nicht eine hier herholen und... Okay. Oder auch nicht. Das ist eine Höhle. Was ist denn das für eine Höhle? Oh. Das Nanoth-Anwesen. Ja, cool. Jetzt haben wir es endlich gefunden. Ja, das finde ich gut. Oh nein. Ein Geist wieder. Ein Geist, ein Geist. Schnell, schnell, schnell. Ah. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nicht ruckeln jetzt. Das geht nicht. Nein. Er kommt mir hinterher. Da soll irgendwo eine Schatzkiste sein. Toll. Nein. Hier sollen wir lang. Schnell mit dir, schnell. Ich weiß, ich sammle die Sachen nicht ein, aber... Komm. Beeil dich. Oh, ich glaube, wir sind außer... Außer Gefahr gerade. Mhm. Aber, aber... Da waren auch diese Säulen. Wie komme ich jetzt hier wieder weg? Oh, hier. Notizen zugefügt. Notiz des Dieners 4. Als Meister Kahne heute Morgen sein Büro verließ, habe ich mich zum Aufräumen hineingeschlichen. Schließlich ist das meine Aufgabe. Aber dann sah ich seinen Schreibtisch bedeckt mit Papieren, die dicht mit Namen beschrieben waren. Ich konnte die Namen unserer Nachbarn sehen, die verschleppt worden waren. Und dann auch meinen eigenen Namen. Ich denke, ich schwebe in großer Gefahr. Aber ich... Hier endet die Notiz. Die Rose hatte ich auch noch gefunden, habe ich auch noch nicht vorgelesen. Immer wenn ich es schaffe, den Friedhof auf der Sorgenwiese zu besuchen, kniee ich an ihrem Rosen überseeten Grab nieder. Eines Tages wird meine Hingabe erkannt werden. Wir hatten ja auch einen Grab mit einer Rose schon gefunden. Aber... Oh. Yippie, ich hab alle. Coolio. Coolio, endlich können wir hier weg. Und dann geht's auch hoffentlich endlich weiter. Das finde ich so super. Ich hab mich so gefreut, wenn wir jetzt endlich alle haben, hier wegzukommen mit den Zombies, den scheiß Magiern. Und dass das Spiel auch mal wieder ein bisschen spannender wird und so. So. Persönliches Tagebuch. Äh, du hast Koras Gegenstände gefunden, kehre zu ihr in dem... Äh, ja, ja, genau. Aber wir haben auch noch so viel anderes eigentlich zu tun. Das werde ich aber vielleicht dann auch nochmal offline machen. Diese kleinen Nebenquests und so. Und dann irgendwie immer zuschalten, wenn ich da dann war oder irgendwie so. So, das Ganze nochmal wieder hier oder was? Satan, Bauplan vor allem. Genau, hier war auch irgendwo... Nervbacken. Nervbacken. Supi. Oh, gleich zwei Kisten sogar. Cool. Nummer eins und Nummer zwei. Oh, und wir müssen unbedingt das mit der Schmieden auch noch machen, damit wir da endlich mal diese Baupläne überhaupt einsetzen können. Das wäre auch super. Naja. Wir haben das Wichtigste. Komme ich hier nicht weiter, weil er hier noch nicht weg ist. Die sind aber auch hohl. Die laufen immer so hohl durch die Gegend und explodieren einfach. Okay. Oh, da war auch noch ein Schlüssel, sehe ich gerade. Da war ich noch nicht. Ähm, ja. Voll die Zombie-Versammlung hier.